Normalerweise sagen die meisten, dass das eher ein fader Bereich ist. Recht, die gesetzlichen Grundlagen, ein sehr trockener Themen, ein sehr trockenes Themengebiet und insofern danke einmal für die Vorschussloher Bären, dass sie das sehr interessant finden. Ich hoffe natürlich auch, dass ich das für sie recht kurz und knapp und auch annähernd spannend darüber bringen kann, weil man muss schon ganz ehrlich sagen, der rechtliche Aspekt ist genau in dem Bereich, ja, nämlich was die Beschäftigung von begünstigten behinderten Personen anbelangt, natürlich genau der Hemmschuh, warum viele Arbeitgeber aufgrund dieses, Sie haben es vorhin auch schon erwähnt, dieses gefährlichen Halbwissens eher zurückschrecken und sagen, nein, lieber nicht, nehme ich mir lieber jemanden von den anderen verbleibenden sieben Prozent, so wie Sie es heute schon in Ihrem Film gezeigt haben, Herr Dr. Kopf und genau deswegen, also mit diesem gefährlichen Halbwissen möchte ich einfach an dieser Stelle aufräumen. Was Sie auch schon vom Herrn Dr. Kopf gehört haben und was wahrscheinlich jeder von Ihnen im Zusammenhang mit der Thematik Beschäftigung von begünstigt behinderten Personen kennt, ist das Wort Ausgleichstaxe. Falls es dem einen oder anderen oder der Zuhörerin heute nicht bekannt ist, dieses Wort, was ist die Ausgleichstaxe? Es ist so, dass jeder Arbeitgeber, der im Bundesgebiet mehr als 25 Mitarbeiter beschäftigt, exklusive der Lehrlinge, dass der eben mindestens einen begünstigt behinderten Arbeitnehmer beschäftigen muss. Tut er das nicht, ja, kriegt er wirklich ganz inquisitorisch noch eine Strafe, ja, im Sinne eines Ausgleichstaxenbescheides, also eines Feststellungsbescheides vom Sozialministerium Service und in diesem Ausgleichstaxenbescheid, der immer für das Vorjahr ergeht, ja, wird dann eben festgestellt, aufgrund der Mitarbeiteranzahl im Bundesgebiet, wie viel begünstigte behinderte Arbeitnehmer hätte der Arbeitgeber beschäftigen müssen. Und das kostet eben pro Mitarbeiter 271 bis 404 Euro, das ist der Stand 2021, pro zu Beschäftigten, der begünstigte behinderte Arbeitnehmerperson quasi. Und ja, wäre eigentlich schön zu vermeiden, vor allem, was ich nicht wusste, Herr Dr. Kopf, ist, dass man beim AMS wirklich eine eigene Kodierung hat und einen Wunsch in der Form äußern darf, ja, dass man sagt, ich wünsche mir gerade einen begünstigt behinderten Mitarbeiter, weil in den offiziellen öffentlichen Stelleninseraten darf ich es ja nicht. Und deswegen, also habe ich auch dazu gelernt, vielen Dank an dieser Stelle, dass man das eben diesen Wunsch sehr wohl, zumindest dem AMS, gegenüber artikulieren kann. Ja, und was passiert mit dem ganzen Geld? Also, weil wir haben natürlich sehr viele Arbeitgeber, die diese Quote nicht erfüllen. Was passiert mit dem ganzen Geld, das da über die Ausgleichstaxen bezahlt wird? Das fließt alles in einen Ausgleichstaxfonds. Und der wiederum kann verwendet werden für Zuschüsse oder Darlehen zu den Kosten der durch die Behinderung bedingten technischen Arbeitshilfen, natürlich zur Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, die gerade für begünstigt behinderte Personen geeignet sind und generell natürlich für ein Umschulung, Nachschulung, Weiterbildung, Ausbildungsplätze zur Arbeitserprobung und was da jetzt eben nicht oben steht, natürlich auch für Umbaumaßnahmen, wie man es sich jetzt im klassischen Bild vorstellt, einfach um barrierefreie Zugänge zu Toiletten oder zu den Büroräumlichkeiten zu schaffen. Also für all das kann man die Mittel verwenden, die im Ausgleichstaxenfonds eben drinnen sind. Das muss man sich auch vor Augen führen. Jeder zahlt ein, der nicht die Quote erfüllt und profitieren tun dann in weiterer Folge auch all jene Unternehmer natürlich, die begünstigte Behinderte beschäftigen, weil nur dann brauche ich auch diese Zuschüsse und Darlehen. Also eigentlich eine ganz tolle Sache und wie gesagt, da kommt jeder mit dem Begriff begünstigter Behinderte in Berührung, jene Arbeitgeber, die begünstigte Behinderte beschäftigen und auch solche, die es nicht tun. Vielfach vorhin schon erwähnt, es gibt viele Mythen und viele Gerüchte, die so rund um den Kündigungsschutz vor allem kursieren. Die Frage vielleicht aber gleich zu Beginn, wer ist denn eigentlich ein Begünstigbehinderter? Und da kommt natürlich jetzt dann die Juristin in mir auch hervor und das trockene Thema, deswegen verzeihen Sie mir, dass auch ein paar Paragraphen erwähnt sind auf den Folien. Ein Begünstigbehinderter ist gemäß dem Behinderteneinstellungsgesetz eben jemand, der mindestens einen Grad einer Behinderung von 50% hat und dies auch mittels Feststellungsbescheid sich hat feststellen lassen. Erst dann zählt man zu diesem Kreis und dann greifen auch sämtliche Schutzvorschriften, die der Gesetzgeber vorgesehen hat für diese Personengruppe, nämlich ein Diskriminierungsschutz und ein Entgeltschutz. Also das, was wir halt unter dem Aspekt Gleichbehandlung kennen. Und wie die Frau Steger das auch schon erwähnt hat, das gilt ja nicht nur für Beginnstigbehinderte, das gilt genauso für Eltern, die in Karenz gehen. Auch das ist eine Personengruppe, wo man als Arbeitgeber heutzutage schon sagt, ja weiß ich gar nicht. Das ist wahrscheinlich auch verbunden mit dem Wunsch, wie Sie gesagt haben, Herr Dr. Kopf, dass man eigentlich nach dem jungen, dynamischen, männlichen, inländischen Arbeitnehmer sucht, hängt sicher damit zusammen, dass man dann auch wieder Angst hat, naja, was mache ich dann mit der weiblichen Dienstnehmerin, die vielleicht schwanger wird, in Elternteilzeit geht und so weiter. Das kann man wirklich ganz, ganz gut vergleichen mit den Barrieren oder den Vorurteilen, mit denen auch begünstigte Behinderte Arbeitnehmer zu kämpfen haben. Aber im Endeffekt finden wir das wirklich in ganz vielen verschiedenen Beschäftigungsgruppen. Nicht nur die Eltern, nicht nur die Begünstigbehinderten, die Jugendlichen, die Lehrlinge und vor allem muss man auch sagen, die älteren Arbeitnehmer. Und ich persönlich in meiner Beratung sehe die Barriere eigentlich schon viel größer zu älteren Arbeitnehmern als zu Begünstigbehinderten zum Beispiel. Nichtsdestotrotz kursieren viel mehr Vorurteile rund um diese Personengruppe. Mythos Nummer eins, mit dem ich gerne aufräumen wollen würde, ist, dass der Arbeitgeber meint, ein Anrecht darauf zu haben, dass bei einem Bewerbungsgespräch zum Beispiel der potenzielle Mitarbeiter gleich Bescheid gibt. Übrigens, ich bin begünstigter Behinderte, da ist mein Feststellungsbescheid. Das Behinderteneinstellungsgesetz will das gerade nicht. Und warum? Genauso wie die Frau Steger das schon gesagt hat, dann hat man natürlich gleich einmal eine Front hinter sich aufgrund des gefährlichen Halbwissens. Den will ich gar nicht einstellen, weil wer weiß, vielleicht passt das gar nicht das Dienstverhältnis zwischen uns beiden. Und insofern hat das Behinderteneinstellungsgesetz wirklich dafür Sorge getragen, dass die Pflicht eben nicht normiert wurde, seinen Status dem Arbeitgeber gegenüber preiszugeben. Der zweite Mythos ist, naja, wenn du dich einmal für einen begünstigt behinderten Arbeitnehmerkollegen entschieden hast, dann hat er nahen Freiheit und ist unkündbar. Auch da muss man ganz klar sagen, das ist schon mindestens zehn Jahre überholt. Nämlich zu dem Zeitpunkt 2011 wurde das Budgetbegleitgesetz beschlossen und da wurde der besondere Kündigungsschutz für begünstigt behinderte Arbeitnehmer insofern relativiert, als dieser Kündigungsschutz erst nach vier Jahren greift. Dazu muss man aber natürlich sagen, das gilt jetzt für alle Mitarbeiter, die zum Zeitpunkt des Eintritts im Unternehmen einen solchen Feststellungsbescheid schon in Händen gehalten haben. Überall dort, wo ich begünstigt Behinderte habe, die erst im Zuge des Dienstverhältnisses diese Eigenschaft erlangen mittels Feststellungsbescheid oder die sogar aufgrund eines Arbeitsunfalls in diese Situation gekommen sind, da greift der Kündigungsschutz trotzdem früher. Das ist aber auch keine Tragik. Darauf komme ich dann später noch zurück. Denn wie gesagt, auch für die anderen erwähnten Personengruppen, Mütter, ältere Dienstnehmer, Lehrlinge, gibt es besondere Kündigungsschutzmöglichkeiten, die der Gesetzgeber für die verschiedenen Personengruppen vorgesehen hat. Mythos Nummer 3 ist eben, dass der begünstigt Behinderte keinen Entlassungsgrund setzen kann. Ganz klar, natürlich. Auch ohne Zustimmung des Behindertenausschusses, den muss man nämlich um Zustimmung zu einer Kündigung ersuchen, kann ich bei Vorliegen eines Entlassungsgrundes ein Dienstverhältnis unverzüglich auflösen. Und hier genannt sind nur die üblichen Entlassungsgründe, das ist nur eine demonstrative Aufzählung. Es gelten wirklich ein und dieselben Entlassungsgründe wie für alle Angestellten und Arbeiter. Mythos Nummer 4, manche sagen, na den möchte ich jetzt nicht einstellen, der hat ja noch mehr Urlaubsanspruch als alle anderen Mitarbeiter. Auch das ist wirklich ein Gerücht, ja, nichts anderes. Denn der Urlaubsanspruch ist im Urlaubsgesetz erwähnt und geregelt und ein Zusatzurlaub müsste auch dort geregelt sein. Da steht aber gar nichts von begünstigten Behinderten und auch von sonst keiner besonderen schutzwürdigen Personengruppe. Natürlich, es gibt in Kollektivverträgen Sonderbestimmungen, aber nicht nur für begünstigt Behinderte. Aber es stimmt schon, ich habe hier vier Kollektivverträge oder drei Kollektivverträge plus den öffentlich-rechtlichen Bereich genannt. Hier sind wirklich Zusatztage für Mitarbeiter mit begünstigter Behinderung oder Behinderteneigenschaft genannt. Aber es gibt keinen generellen Zusatzanspruch. Von den Mythen weg hin zu den Fakten. Also auch, das habe ich jetzt schon erwähnt, wenn man zum Kreis der begünstigten Behinderten gehört, kann das Dienstverhältnis aufgelöst werden per Kündigung. Vorab muss man sich aber auch immer vor Augen führen, die meisten Dienstverhältnisse, egal mit welchem Mitarbeiter, enden durch eine einvernehmliche Auflösung. Eine Kündigung ist ja auch schon fast ein Weg in Richtung Eskalationsstufe 1, die Entlassung dann Eskalationsstufe 2. Aber die meisten Dienstverhältnisse, auch mit begünstigten Behinderten, enden natürlich mit einer einvernehmlichen Auflösung. Weil wenn es für den Arbeitgeber nicht passt, passt es für den Mitarbeiter meistens auch nicht. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, welche Eigenschaft dieser Mitarbeiter mitbringt. Wichtig ist eben bei der Kündigung nur, dass man sich eben die Zustimmung des Behindertenausschusses bei den jeweiligen Landesstellen des SMS-Sozialministerium Services holt und vorher, sofern vorhanden, den Betriebsrat und die Behindertenvertrauenspersonen im Unternehmen informiert. Dann sind eben auch noch in den Folien aufgezählt, wann dieser Behindertenausschuss seine Zustimmung erteilt. Das ist, können Sie dann gerne nachlesen, hängt damit zusammen, dass der Tätigkeitsbereich des begünstigten Behinderten vielleicht einfach weggefallen ist oder er körperlich einfach nicht mehr in der Lage ist, die Arbeit zu verrichten, die er laut Arbeitsvertrag eigentlich erbringen wollte. Oder wenn er natürlich beharrlich seine Pflichten verletzt, auch dann wird der Behindertenausschuss mit Sicherheit seine Zustimmung erteilen. Das ganz tolle Faktum Nummer 2 quasi ist, dass keine Lohnnebenkosten für die Entgelte, die man an begünstigt behinderte Arbeitnehmer auszahlt, zu bezahlen sind. Der Sozialversicherungsbeitrag, der größte Brocken bleibt natürlich als Arbeitgeber, aber zumindest die kleinen Lohnnebenkosten, wie der Dienstgeberbeitrag und der Dienstgeberzuschlag zum Familienlasten-Ausgleichsfonds und die Kommunalsteuer, der U-Bahn-Steuer, die fallen weg. Und das ist vielleicht noch ein wichtiger Tipp, selbst wenn der Mitarbeiter Ihnen bei der Einstellung oder während aufrechtem Dienstverhältnis nicht in Kenntnis gesetzt hat über seine begünstigte Behinderteneigenschaft, spätestens beim ersten Ausgleichstaxenbescheid sehen Sie dann, wer zum Kreis gehört. Und dann können Sie diese Lohnnebenkosten auch rückerstattet bekommen vom Finanzamt bzw. vom Magistrat oder der Gemeinde und als Frist gilt dafür eine Jahresfrist von fünf Jahren. Der dritte Punkt eben, was auch richtig ist und was vielleicht weniger oft in den Medien kursiert oder unter Arbeitgebern ausgetauscht wird, ist, dass es auch eine Vielzahl von Förderungen für Begünstigtbehinderte gibt. Das heißt, es gibt Förderungen in Form eines als Inklusionsbonus für Lehrlinge, die Inklusionsförderung für Unternehmen, die über 25 Arbeitnehmer beschäftigen, die Inklusionsförderung plus für Unternehmen unter 25 Arbeitnehmern, den Entgeltzuschuss und den Arbeitsplatzsicherungszuschuss. Und auf den weiteren zwei Folien habe ich dann noch einmal erklärt, wie hoch das ist, ist eben auch bei den Landesstellen des Sozialministeriums Services zu beantragen. Können Sie sich dann in Ruhe gerne durchlesen und möchte damit, damit es nicht ganz zu trocken ist, eigentlich auch schon zum Ende kommen und mich einfach noch einmal an das sehr treffende Video von Herrn Dr. Kopf eben anschließen und wirklich sagen, also ich in der Beratung selbst bekomme das gar nicht mehr mit, dass es da eine gewisse Skeptis gegenüber dem Personenkreis der Begünstigtbehinderten gibt. Man muss wirklich daran denken, es gibt so viele andere Gruppen, die auch besonders geschützt werden und man sollte sich wirklich nicht auf diesen einen Personenkreis konzentrieren und die Augen offen halten in jeder Richtung. Vielen Dank.